So einen sportlichen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute am 8. Februar 2017. Einen Mittwoch. Ein paar Tage vor meinen Ferien. Juhu endlich. Ja gut. So heute mit dabei ist der Ghost Rider. Ich glaube es fährt wieder eine weibliche Person in ein paar Sachen. Und dann haben wir auch mit dabei den Andy natürlich männlich und seinem zweiten Account dorthin. Wir sind auf dem Epafen anscheinend gegen Bots die ziemlich einfach zu krank sind. Und ja ich wollte heute mal ein neues Projekt ankündigen. Und zwar das Projekt Legions YouTube Tour. Den richtigen Titel werdet ihr dann im Titel des Videos sehen. Was heute kommt. Also das was ich hier gerade mache. Und darum wird es da gehen, dass ich die Preußen gerade leider verlassen muss. So leid es mir tut. Da will ich mich auch erstmal bedanken an dieser Stelle für ziemlich viele Monate Spaß, Freude und vielen Dank für die Hilfe beim Aufbau. Ich werde natürlich Preußen bleiben. Und wer da weiterhin versuchen Videos zu bringen. Auf irgendwelche Weise. Ich habe da schon einige Ideen. Bloß irgendwann mal ist die Luft raus. Es liegt wirklich in der anderen Preußen. Dass man die große weitere Welt, auch mal englische Legionen vielleicht kennenlernen möchte. Und ich befinde mich gerade so in einer Phase, wo ich sage ich mal auch meine Bekannten bei YouTube auch ein bisschen vergrößern möchte. Und deshalb andere Legionen besuchen möchte. Deswegen Leute von der Preußen gerade ist ein Legionärer. Ich werde wiederkommen. Ich werde bei euch bleiben. Mit anderen Accounts werde ich immer noch versuchen. Vielleicht mit den anderen CodeWive Account mit euch weiterhin zu fahren. Aber vielleicht versteht ihr mich, dass ich auch mal die andere Welten außer Ghost Division und Preußen gerade kennenlernen möchte. Und deshalb werde ich dann zurück zum Projekt. Also das Projekt steht dann so, dass ich dann alle zwei Wochen oder einer Woche die Legionen wechseln werde. Und sozusagen in diesen ein bis zwei Wochen die Legionen versuche kennenzulernen. Und dann werden hoffentlich ab nächste Woche dann täglich zwei Liedes kommen. Mit den Legionen. Denn ich versuche das schon das Projekt nächste Woche zu starten. Das heißt, am Sonntag wird es dann losgehen mit neuen Videos von anderen Legionen, die vielleicht auch mal die Chance haben sollen oder sollen haben können, sich auf YouTube vielleicht sich zu präsentieren. Mit Hilfe meines Accounts oder mit Hilfe meiner Hilfe oder meiner Wenigkeit. Genau und ja, das war jetzt eigentlich das Thema des Videos. Ich hänge euch jetzt so ein kleines Gameplay an dieser Runde hinten dran. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, wir sehen uns eigentlich am Ende nochmal. Genau. So herzlich willkommen in der zweiten Runde und jetzt wird ein bisschen geballert mit der Frage oder die Frage. Genau. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020